Hallo und herzlich willkommen bei Geschichte Lernen Leichtgemacht. Mein Name ist Philipp und in diesem Video geht es um die politischen Krisen am Ende des Mittelalters. Welche politischen Krisen gab es im Spätmittelalter? Welche Folgen und Auswirkungen hatten diese auf das Heilige Römische Reich und die anderen europäischen Mächte? Zu Anfang dieser vierteiligen Serie zu den Krisenerscheinungen im Mittelalter möchte ich auch noch kurz darauf eingehen, an welchen Einschnitten und an welchen Ereignissen das Ende des Mittelalters festgemacht werden kann. Also diese und noch einige Fragen mehr werde ich euch dann in den nächsten Minuten bzw. in den nächsten Folgen beantworten und wie immer kurz, kompakt und vor allem verständlich das Wichtigste erklären. Jetzt geht's los! Wann hat nun das Mittelalter aufgehört und die Neuzeit angefangen? In diesem Punkt gehen die Meinungen, wie sollte es auch anders sein, ziemlich weit auseinander. Hier schweben mehrere Zahlen im Raum. Was sie aber alle gemeinsam haben, das ist, dass sie mit Ereignissen verknüpft sind, die tiefgreifende Auswirkungen auf das Leben der Menschen hatten. Arbeiten wir uns jetzt einmal kurz von der tiefsten zur höchsten Jahreszahl durch. Als erste Jahreszahl steht im Raum 1450. Das ist das Datum, an dem Johannes Gutenberg den modernen Buchdruck mit beweglichen Lettern erfindet. Seine Erfindung löst eine wahre Revolution aus. Erstmals können Bücher in maschineller Massenproduktion hergestellt werden. Nun können sich nicht nur mehr die Superreichen, sondern weit mehr Personen Bücher leisten. Damit einher geht natürlich auch, dass die Menschen auf wesentlich mehr Informationen zugreifen können und sich damit auch allmählich ihr Weltbild ändert. Eine der wichtigsten Auswirkungen war aber, dass die Menschen nun selbst die Bibel lesen konnten, die es bis zur Übersetzung durch Martin Luther vorerst aber nur auf Latein gab. Damit verlor auch die Kirche ein gewisses Monopol, denn vorher hatte ja die Kirche ausgelegt, was jetzt in der Bibel steht und was nicht und wie es vor allem gemeint ist. Als nächste Jahreszahl, ziemlich gleich danach, ist 1453 zu nennen. Diese Zahl haben wir schon öfters gehört. Das ist genau das Datum, an dem die türkischen Osmanen Konstantinopel erobern und somit das Byzantinische oder Oströmische Reich endgültig Geschichte wird. Die Osmanen können ihr Territorium aber auch weiter nach Europa ausdehnen, also über Griechenland und den Balkan und stehen zweimal in der frühen Neuzeit oder im späten Mittelalter, je nachdem wie man es datieren möchte, vor Wien. Damit kommt ihnen auch in der Neuzeit dann eine wesentliche Rolle als machtpolitischer Faktor in Europa zu. Ein weiterer Effekt, der durch die Ausbreitung der Osmanen entsteht, ist, dass die Europäer ihre Handelsstützpunkte in Kleinasien, also an der Küste der heutigen Türkei, Syriens, des Libanons, Israels verlieren. Dort hatten nämlich sich europäische Händler niedergelassen, um mit Asien und mit Indien zu handeln. Damit kontrollierten nun die Osmanen diesen ertragreichen Handel und die Europäer waren dazu genötigt, sich alternative Routen nach Indien zu suchen oder nach Asien, um dort Gewürze, Seide, Stoffe usw. einzukaufen. Als Beispiel kann man hier auch den Vorreiter, also den Portugiesen Vasco da Gama nennen, der einen Seeweg nach Indien für die Portugiesen fand. Oder dann auch Christoph Kolumbus, der auch einen, wie wir wissen, einen Seeweg nach Indien suchte, schlussendlich aber in Amerika landete. Das ist natürlich auch das Stichwort für eine weitere Jahreszahl, und zwar für 1492. Das ist genau das Jahr, in dem der italienische Seefahrer Christoph Kolumbus, der im Auftrag der spanischen Krone unterwegs war und den Seeweg nach Indien suchte, Amerika entdeckte. Die Auswirkungen dieses Ereignis, glaube ich, brauche ich jetzt nicht weiter zu erklären. Die nächste Jahreszahl ist 1517, die auch uns allen gut bekannt ist. Das ist das Jahr, an dem Martin Luther seine 95 Thesen an die Schlosskirche zu Wittenberg nagelte. Luther, der selbst Mönch war, versuchte mit seiner Kritik an der Kirche, diese zu reformieren. Er leitete damit die sogenannte Reformation ein, die in der Abspaltung der protestantischen Kirche von der römisch-katholischen Kirche endete. In diesem Zusammenhang gab es natürlich große Auseinandersetzungen, unter anderem der Dreißigjährige Krieg, der unglaublich grausam geführt wurde und das ganze Heilige Römische Reich verwüstete und Millionen von Menschen das Leben kostete. Die letzte Zahl, die in dieser Diskussion auftaucht, ist das Jahr 1525. Diese Jahreszahl markiert den großen Bauernkrieg, der sich vor allem in Süddeutschland, Österreich und der Schweiz zutrug. Bedingbarer waren diese Bauernaufstände durch den wirtschaftlichen Niedergang des Adels, der dann natürlich laufend mehr Druck auf die ihm untertänigen Bauern ausübte. Und diese wurden natürlich immer weiter ausgepresst und stürzten damit in Not und Elend. Und dann erhoben sich die Bauern, eben im Jahr 1525. Was dieses Mal aber anders war, denn Bauernaufstände gab es schon früher, war, dass die Aufstände koordiniert waren und von Anfang an erfolgreich. Es wurden über 1000 Burgen und Klöster verwüstet und es dauerte eine gewisse Zeit, bis der herrschende Adel die Oberhand wieder erlangte und diese Aufstände niederschlagen konnte. Was dann natürlich auch auf eine unglaublich grausame Art vonstatten ging. Man glaubt, dass in den nachfolgenden Prozessen und Säuberungen unter den Bauern über 100.000 Bauern ihr Leben verloren. Also wir sehen diese Zeit um 1500, also wir sprechen hier von 1450 bis 1425, also man kann sagen, so Zeit um 1500 eine Zeit des Umbruchs war. Und wo man hier auch eine klare Trennlinie erkennen kann, ist schwer zu sagen. Doch eines ist eben sicher, dass genau um dieses Jahr 1500 plus minus das Leben der Menschen danach definitiv anders geworden ist. So, nun aber zu den Krisenerscheinungen. Gehen wir jetzt noch einmal zurück in das Jahr 1250. 1250 markiert den Übergang vom Hohen ins Späte Mittelalter. Warum? Um 1250 stirbt der letzte Stauferkaiser Friedrich II. Nach seinem Tod schaffen es die Fürsten im Reich nicht mehr, einen Nachfolger, der sich dauerhaft durchsetzen kann, zu wählen. Erst als im Jahr 1273 Rudolf von Habsburg zum König gewählt wird, werden die politischen Verhältnisse im Heiligen Römischen Reich wieder stabiler. Genau diese Zeit zwischen 1250 und 1273 nennt man auch das Interregnum, also diese kaiserlose Zeit, die wir schon öfter angesprochen haben. In dieser Zeit konnten sich die deutschen Fürsten eben auf keinen König einigen und dadurch verlor die königliche Gewalt natürlich bedeutend an Macht und an Wirkungskraft. Hatten zuvor im Hochmittelalter die Könige und Kaiser aus den Geschlechtern der Salier und der Staufer noch eine sehr starke Stellung im Reich und eine große Machtfülle, war die Position des Königs im Reich nach dem Interregnum nachhaltig geschwächt. Denn viele Fürsten nutzten diese Zeit, um ihre eigenen machtpolitischen Interessen durchzusetzen und sich gemäß der aufkommenden Hausmachtpolitik Land und Rechte dauerhaft zu sichern. Verankert wurde diese Macht der Fürsten dann in etwa 70 Jahre später, in der Goldene Bulle aus dem Jahr 1356. Sie gilt als das Grundgesetz des Heiligen Römischen Reiches und regelt im Wesentlichen die Wahl des Königs durch die sieben Kurfürsten. Denen werden zudem exklusive Rechte zugesprochen. Es gab drei geistliche Kurfürsten, das waren die Erzbischöfe von Köln, Mainz und Trier und es gab vier weltliche Kurfürsten, das waren der König von Böhmen, der Pfalzgraf Bayrein, der Markgraf von Brandenburg und der Herzog von Sachsen. Die Zunahme der Macht der Landesfürsten und die Schwächung des Königtums zeichneten auch für die weitere politische Entwicklung des Heiligen Römischen Reichs verantwortlich. So gelang es erst im Jahr 1871, ein nationalstaatliches deutsches Kaiserreich zu gründen. Genau umgekehrt verlief die Entwicklung in England und Frankreich. Im Spätmittelalter und am Übergang in die Neuzeit wurde Frankreich unter dem Geschlecht der Kapetinger bzw. der Valois und England unter dem Geschlecht der Tudors ein sehr starker zentralistischer Staat oder Staatswesen. Da es im Gegensatz zum Heiligen Römischen Reich eine Stärkung der königlichen Macht in diesen beiden Ländern gab. Weiters konnten sich dort die Herrschergeschlechter auch besser festigen, da es Erdmonarchien gab. Im Gegensatz zum Heiligen Römischen Reich, wo es eine Wahlmonarchie gab. Bleiben wir nun kurz bei England und Frankreich. Diese beiden Königreiche führten im Spätmittelalter einen brutalen Krieg, den sogenannten 100-jährigen Krieg, der von 1337 bis 1453 dauerte. Der Hintergrund dieser Auseinandersetzungen waren praktisch englische Besitzungen und englische Ansprüche in Frankreich, in etwa auf den Thron, sowie der Streit um diese Thronfolge. Berühmt wurde in diesem Krieg vor allem eine Person, das war Jean d'Arc, also zu deutsch Johanna von Orléans oder die Jungfrau von Orléans, die eben in diesem Konflikt entscheidend mitgewirkt hatte. Am Ende des Krieges schafften es die Franzosen, die Engländer vom Festland zu vertreiben. Und ab diesem Zeitpunkt erloschen auch die englischen Ansprüche, die sie im Laufe des gesamten Mittelalters noch in Frankreich und an ihre dortigen Länder reingestellt hatten. Dieser Krieg hatte entscheidende Auswirkungen auf beide Länder, da es einerseits eine Aufspaltung in zwei separate Staatswesen gab, also Frankreich am Kontinent, das Land und England auf der Insel. Und die königliche Macht der französischen und der englischen Könige wurde zusehends gestärkt und vor allem es entstand ein Nationalbewusstsein bei den Franzosen und bei den Engländern. Also es entstand ein Bewusstsein, wir Franzosen, wir gehören zusammen, wir sind eine Nation und ebenso bei den Engländern. Also wir Engländer, wir sind eine Nation, wir sind ein einheitliches Volk. Das war natürlich auch etwas, was es im Heiligen Römischen Reich nicht gab. Eine weitere politische Krise erwuchs aus dem Fehlschlag der Kreuzzüge und dem Aufstieg der Osmanen als dominierende Macht in Kleinasien und im Nahen Osten und am Balkan. Im Jahr 1453, wie wir schon gehört haben, hatten sie Konstantinopel erobert und besetzten dauerhaft Griechenland und den Balkan und waren somit Teil des europäischen Mächtesystems. Das erste Mal erreichten sie dann 1529 die Tore Wiens, das sie auch dann belagerten und wo sie die Habsburger dann auch abwehren konnten. Die Auswirkungen auf den Handel und die Seefahrt hatte ich euch bereits erklärt eingangs. Ebenfalls im Spätmittelalter kam es in Nordeuropa zu langanhaltenden Auseinandersetzungen, den sogenannten Hansekriegen. Insofern ist die politische Krise im Spätmittelalter vor allem darin zu sehen, dass es eine extrem unsichere politische Lage gab. Es gab teils große und langandauernde Kriege, die die Länder verwüsteten und extreme Auswirkungen auch auf die Menschen hatten, da ganze Landstriche infolge der Kriege verwüstet wurden und natürlich gab es einen extremen Verlust an Menschenleben zu dieser Zeit. So, nun wisst ihr, welche einschneidenden Ereignisse das Ende des Mittelalters datieren können bzw. wie sich die politischen Krisen im Spätmittelalter auf die weitere Entwicklung ausgewirkt haben. Schaut euch auch meine anderen Videos dieser vierteiligen Serie zu den Krisenerscheinungen im Spätmittelalter an. Damit solltet ihr bei diesem Thema für jede Prüfung gut vorbereitet sein. Wenn euch mein Video gefallen hat, dann freue ich mich über ein Like, ein Abo meines Kanals oder über eine Weiterempfehlung. Nutzt auch die Kommentarfunktion, wenn ihr etwas anzumerken habt. Ich freue mich darüber. Bis zum nächsten Mal.